Willkommen zurück zu Crash Bandico 2. Ja, hier hatten wir das letzte Mal aufgehört. Genau, und hier mussten wir rein. Bin ja mal gespannt. Freundliche Glühwöhmchen leuchten dir den Weg. Ach, das ist das. Oh je. Oh je. Naja. Oh, fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Und wir haben gar nicht so viel Leben. Muss ich da vielleicht mit, äh... Ne, normal springen. Weg hier, Maus. Ah ja, den musste man so weg machen. Genau. Man durfte sich hier keine Zeit lassen. Dass ich richtig in Erinnerung habe. Uiuiui. Ufos. Ich glaube, hier kamen noch richtig kacke, äh, Kisten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber erst mal die Bonusrunde. Die war, glaube ich, auch gleich, äh, bescheuert. Jawohl. Da musste man sich nämlich beeilen, genau. Boah, das hätte man nicht mehr gesehen. Egal. Oder gleich nach unten. Ja, so ist das, wenn man sich beeilen will, wie Sau. Aber, ja. Man kann es natürlich auch gleich so machen. Gott sei Dank verlieren wir hier keine Leben. Oh, je. Hier muss man warten. Okay, das Würmchen wartet auch. Jetzt habe ich auch noch das weggeschleudert. Aber wir haben es geschafft. Kann es mir auch leisten. Ah, ja. Das andere waren die Druckisten. Okay. Dürfte richtig so sein. Geh weg. Oh, ja. So wollte ich das machen. Nicht. Warum ich? Weg hier. So wollte ich es machen. Ah, ja, 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 ja. Nein, warte mal. Ah, ich glaube, ich lasse mich hier nochmal sterben. Weil, gleich sehen wir nichts mehr. Oh, doch. Man sieht doch noch. Die Kiste hier. Seht ihr? Aber, wenn jetzt ein Abgrund kommt. Der hier vorne wahrscheinlich kommt. Ja. Da hinten ist erst wieder eine neue. Warte mal. Wie konnte man das besser machen? Ich glaube, man musste die, ähm... Ah, komm schon. Man musste die... Das Licht... Das Licht hier einfach lassen. Die holt man sich dann nochmal. Wir machen erst mal die kaputt hier. Ich glaube, im alten Teil, da hat man hier gar nichts mehr gesehen. So, hier können wir uns noch ein paar Unwahrfrüchte holen. Jetzt gehen wir zurück. Holen uns das Libellchen. Genau. Ja, hier waren zwei Abgründe. Och, hier wären noch mehr gewesen. Und nein, was mache ich denn? Boah, viel zu warm hier. Da, geh rein. Die lassen wir lieber stehen wieder. Wir gehen jetzt mal hier vorne, fangen wir an. So, die, die, ich weiß nicht, ob ihr auch was seht, aber ich sehe es so ein bisschen so. Aber übel gemacht, finde ich. Ja, komm schon. So. Dann springe ich da unten nicht richtig rüber. So. Boah. Alter Schwede. Wer sagt's denn? Hier gibt's für mich noch ein bisschen Leben. Können wir gut gebrauchen. Und da ist der Stein. Wunderbar. Mann, ist das schon wieder warm hier bei mir. Ich hatte es überlegt, gar nicht aufzunehmen, weil, ich weiß nicht, es ist 38 Grad oder so. Boah. Boah. So, ich glaube, das Relikt lasse ich erst mal. So, dann können wir eigentlich, äh, ja, da fehlt noch. Okay, dann, sagen wir mal jetzt, ganz nach oben fahren. Also da, wo wir aufgehört hatten. Äh, war das jetzt hier oder noch eins? Ja. Hier fehlt auch noch einer. Ach, ist das das der eh, ne? Na, noch eins höher. So, hier waren wir ja, ja, genau, hier waren wir. Die Gegend, it. Äh, 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 äh. Ist das schon das erste Bienenlevel? Ich weiß es gar nicht. Das war auch, aber das erste war auch pervers irgendwie mit. Äh, war da nicht eine Todesplattform? Ähm, wenn das jetzt, äh, das erste Bienenlevel ist, ich weiß es nicht. Ah, ja. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich. Und die konnte man auch so kaputt machen. Aber, wenn man nicht richtig, äh, drauf springt. Ah, leck mich hier. Haut ab. Schön, dass wir hier eine Maske kriegen. Alles klar, bis jetzt geht's. Komm, schieb hier deine Runde. Uiuiui. Kriegen wir noch eine Maske. Sehr schön. Uiuiui. Was machst du? Ei. Oh Mann, ey. Dieses Miststück. Ah. Ach, man verliert hier. Jetzt hab ich keine Maske mehr. Ist das ätzend. Lass mich in Ruhe. Erstmal die Bonusrunde. War die angenehm? Ich weiß es nicht. So, und hier hoch. Bams. Ja, eigentlich geschillt, ne? Oder so. Yeah. Hätte ich doch gar nicht machen müssen. Wieso sind die denn so hochgetöpt? Muss man da vielleicht... Ich hoffe nicht. Dass man da irgendwie höher springen muss. Ach komm. Kann ich da überhaupt? Nee. Ah, ich lass es lieber. Da oben, oder was? Uiuiui. Ach, die können wir ja nicht. Da kommt wahrscheinlich wieder so ein für... Linkskisten. Oh, 95 gibt's hier? Alter Schwede. Wo sollen die alle sein? Ah, ich verstehe. Der Todesfahrt. Boah, das war übel. Warte mal. Hier kamen jetzt schon die Bienen, ne? Äh, ja, 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 ja. Ich hab keine Maske. Das ist ätzend. Ich glaube, hier kam gleich eine Stelle. Oh, ja. Oh, ja. Das Problem ist bei denen, dass das hüpfende, äh, hüpfende Nitro-Kisten sind. So. Ich würd ja gern mal ein Stückchen hier Ah, nur ein Stückchen. Sagen wir mal bis zu der hier. Wartet mal. Ich guck mal da hinten. Hm. Die hätten wir dann schon. Muss ich mir einfach merken. Ah, jay. Ah, da kriegen wir noch ein Trophäe für. Yay. Ah. Das ist nicht einfach. Oder ich lass das mal und merk mir, dass, äh, die Sprung, äh, bis zu so einer Sprungkiste. Müsst du doch eigentlich bald mal eine Mitleids-Kiste kriegen hier. So. So. Okay, das haben wir geschafft. Ja, das Schlimme an diesem Todesweg ist, dass es hier halt auch Kisten gibt, ne? Das ist das Schlimme. Ah, hier geh ich bestimmt nicht zurück. Oh Mann, was soll denn das? Wer packt dann hier so viele Minen hin? Das ist ja furchtbar. Ah, ich sehe uns hier schon wieder geben ober, aber es bringt ja nichts. Ich muss es ja machen. So. Die zwei Kisten, okay. oi 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 oi. Nein! Da hätte ich mit einem Ding-Sprung rüber müssen. Ah, verdammt. Das ist ärgerlich. Das klappt jetzt ganz gut hier eigentlich. Komm, Mache. Hier warten wir kurz, bis die Biene kommt. was soll denn das? Wieso springt er auf einmal so assi kurz? Mein Gott. Oh, mir läuft der Schweiß oder schon. It's sin. Aber ich wollte hier wenigstens heute noch ein bisschen was aufnehmen. Bevor man wieder zu lange nicht spielt und dann wieder raus ist aus der Mechanik. Kennt das ja. Und warum ist der da nicht? Na sicher. Und ich... Ah. Und jetzt kriege ich eine Mitleidsmaske. Na, danke schön, liebe Spiel. Ja, ich muss jetzt den ganzen Weg hier und dann muss ich den anderen Weg zurückgehen, ne? Sozusagen. Oh, ich will hier nicht die Maske schon verlieren. Ich will hier nicht die Maske verlieren. Oh Mann, ich bin so... Ich bin außersehen auf den falschen Knopf gekommen. Komm da, komm da, komm da. Oh, Mistvieh. So, jetzt hier genau. Was mache ich? Boah. Ich wäre verrückt. Da habe ich wieder mal die Tasten... Äh, ja, eigentlich habe ich die gleichen Tasten gedrückt, aber er hat dann einfach einen Stampfer gemacht, anstatt einen... So, jetzt endlich mal die Maske behalten. Was? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ja, normalerweise, wenn man einfach nur das Level machen will, da rennt man hier einfach durch, das ist dann easy, aber wenn man alles haben will, dann ist das natürlich schon ein bisschen komplizierter. Hört auf zu hüpfen, blöden Nito-Kissen. Blöde. Komm her. So, wieso ist der vorhin hier nicht gerutscht? Und das auch wieder? Ich kann doch nicht mehr als wieder vorne drücken. Oh mein Gott. Ich sehe schon, den geht im Oberbild schon wieder. So. Lassen wir noch einmal. Genauso sollte er das da hinten auch machen. Wieso ist er da nicht hingekommen? Das verstehe ich nicht. Muss ich da etwa noch, äh, muss ich da etwa diesen hier machen oder so? Eigentlich nicht. Ich will nicht mehr. Aber wenigstens, wenigstens klappt das hier vorne bei den Nito-Kissen. Warum ist das auch so weit? Das verdammte Ding. Wieso kann man eigentlich nicht die Bienen-Dinger, äh... Ach, nein, nein, nein. Wieso springe ich da dann nicht weiter? Ah. Ich glaube, Konzentration gleich null. Voll im Arsch. Hört auf zu hüpfen. Nitros. Oh, nein. Oh. Ich schnall's einfach nicht. Ich schnall's einfach nicht. Jetzt habe ich schon eine zweite Mitleidsmaske. Na, das ist herrlich. Vielleicht komme ich ja jetzt ein Stück weiter. Und sechs Leben noch. Auch nicht prickelnd. Ich wollte auch gar nicht hier... Ah, endlich. Boah. Ja, hier gibt's eigentlich zu viele Kisten. Das ist klar. Lasst mich, Ruhe! Hört auf! Da ist der Stein. Den wir abgesehen haben. Oh, noch mehr Pflanzen. Was soll denn das? Ich werd nochmal. Und hier ist das Ende. Aber jetzt kommt erst das wahre Schwierige. Wartet mal. Ich werd mal hier oben den Jackpoint wenigstens schon mal nehmen. Ey, nein. Ich will nicht da hin. Ja. Jetzt muss ich bis da zurück. Wie war denn das? Wie war denn das hier? Dass ich... Äh? Wie konnte ich denn... Ach so, beide? Ach so, beide? Ah, und da hat sie mich schon wieder erwischt. Äh. Ja, bis hierhin haben wir 57. Da gibt's noch jede Menge. Da gibt's noch jede Menge. Aber ich seh auch schon, wir müssen einen Schnitt machen. Einmal noch. Ich musste nur gucken. Ja, wie denn? So schwer war das doch gar nicht. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Irgendwas mach ich hier falsch. Ah, ich muss nur einen Knopf drücken. Genau. Kann man die Bienen? Die kann man aber leider nicht, ne? Aber die kann man. Ja, weg hier. Ah, die können wir schon mal alle beseitigen. Ich glaub, die Kisten, die machen sie auch so kaputt. Oh, hier ist der Stein. Suppi, suppi, suppi. Oh, jetzt. Aber irgendwo war eine Stelle, mit Strom und so. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Checkpoint. Ah, hier ist sie. Weg. Noch ein Checkpoint. Ah, ich hätte mir vielleicht einen Checkpoint übrig lassen sollen. Ah, hier ist die Stelle. Ah, hier ist die Stelle. Ah, hier ist die Stelle, die so ätzend war. Ich denke, die da vorne sind, die da vorne, die da vorne müssten jetzt nicht mehr da sein, ne? Ah, hier sind ja auch nochmal Bienen. Verdammt. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Komm. Weg hier. Ich weiß das nicht genau, aber ich glaube da vorne, ich würde es nicht beschwören. Aber da kommen auch nochmal Bienen. Warte mal. Weg. Ne, hier war die Kreuzung. Das könnte ich natürlich hier wieder, ne? Hier sind ja keine Bienen. Aber hier waren so viele von denen und ich habe die ja nicht getötet. Ah, ne, 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 ne. So, jetzt können wir den Weg hier offiziell gehen. So, hier können wir abtauchen. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich soweit alles habe. Und dass da hinten noch die restlichen Kisten sind. Dann geht der Part halt mal ein bisschen länger. Ich wollte aber dieses Level hier wenigstens noch schaffen. Weg. So. Ach ja, hier war ja noch was gewesen. Die Geheimplattform hier. So, wie viel haben wir jetzt? Oh, zwei Kisten fehlen noch. Ehrlich jetzt. Geh weg. Weg. Das sind die zwei, ne, gewesen. Boom. Oh, oh. Da ist nochmal eine. So, wir könnten uns ja jetzt hier den Stein holen. Haben wir alle drei, genau. Dann könnten wir doch eigentlich... Geht das? Wenn ich jetzt aber sterben sollte... Ah, da wären die Bienen noch, ne. Ein bisschen konzentrieren. Ne, die geht wieder rein. Aua. Concentration. Ah ja, hier war die. So, die kaputt. Ich behalte doch dann jetzt die Steine eigentlich, ne. Die habe ich ja. Ach, das war so klar. Die ganze Zeit tun die mir nichts. Äh, ja. Und jetzt muss ich natürlich, äh, das alles... Ah, ich hätte rausgehen sollen. Ich bin so ein Idiot. Äh, na gut. Dann mache ich hier erstmal einen Schnitt. Oder wartet mal. Bis hier brauchten wir ja nur gehen. Nein, stimmt. So, dann werde ich mal hier... So, du gehst weg. Wartet mal, wir machen das mal eben schnell. Abtauchung. Wir gehen dann erstmal raus aus dem Level. Damit wir erstmal die Steine haben. Habe ich die jetzt eigentlich noch? Ach, ich habe die noch. Okay. Ach, dann könnte ich ja jetzt, äh... Genau, dann könnte ich das ja nochmal versuchen. So, jetzt sind wir hier oben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinter. Töten die eine. Ah, was mache ich denn? Na gut, ich lasse es. Wir machen es im nächsten Part zusammen nochmal. Äh, die Kisten muss ich ja nicht mal holen. Da habe ich ja den Stein. Außer die hier. Die stören mich. Machen wir das nächste Mal genau hier weiter. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Crash Bandicoot 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.